Deutschland surft amerikanisch. Etwa 81 Prozent ihrer Online-Zeit verbringen deutsche Nutzer mit Angeboten aus den Vereinigten Staaten. Und es sind vier amerikanische Unternehmen, die das Internet-Business dominieren. Apple, Google, Facebook und Amazon. Kurz Aqua. An der Börse sind diese vier Unternehmen in etwa so wertvoll, wie die 30 deutschen DAX-Firmen zusammen. Wäre Aqua ein Land, stünde es in der Wirtschaftsrangliste auf Platz 49 von 194. Womit verdienen diese Unternehmen eigentlich ihr Geld? Und was macht sie so erfolgreich? Der als Computerhersteller gestartete Apple-Konzern ist nach einem Kurswechsel um die Jahrtausendwende zum Innovationsführer im Bereich der Medienkonsumgeräte geworden. Mit dem iPod, dem iPhone und dem iPad war Apple der Konkurrenz stets mehrere Schritte voraus. Neben Design und Funktionalität ist es vor allem das eigene Ökosystem, das Apple von anderen Hardware-Herstellern unterscheidet. Musik, Filme und Fernsehserien kann man bei iTunes kaufen. Software und E-Books gibt es im App Store. Mit der iCloud bietet Apple Speicherplatz im Netz, um auf Medien und Dokumente von überall zugreifen zu können. So praktisch dieses System erscheint. Es hat auch erhebliche Nachteile. Der Apple-Konzern alleine entscheidet, welche Software über den App Store erhältlich ist. Und er diktiert den Anbietern die Verkaufsbedingungen. Wer ein Apple-Produkt kauft, wird automatisch Teil eines eingezäunten Wirtschaftssystems, in dem einzig Apple die Regeln bestimmt. Google verarbeitet 34.000 Suchanfragen in jeder Sekunde. Das summiert sich auf 1000 Milliarden Suchen pro Jahr. In Deutschland besitzt Google ein faktisches Monopol auf die Websuche. Andere Anbieter spielen praktisch keine Rolle. 96% seines Umsatzes erwirtschaftet Google mit Werbeanzeigen. Hauptsächlich mit Textanzeigen neben den Suchergebnissen. Aber auch mit Werbung auf Webseiten von Drittanbietern. Google versucht Anzeigen auszuliefern, die zum Inhalt der jeweiligen Webseite passen. Und solche, die zum Surfer passen. Damit das funktioniert, analysiert Google das Nutzungsverhalten der Surfer mithilfe seines weltweiten Werbenetzwerks. Im März 2012 änderte Google seine Geschäftsbedingungen. Seitdem werden Informationen aus Gmail, der Websuche, aus dem Netzwerk Google Plus und dem Handybetriebssystem Android mit diesen Surf-Informationen verknüpft. Damit kann Google umfassende Persönlichkeitsprofile erstellen. Mehr als 800 Millionen Menschen nutzen das soziale Netzwerk Facebook regelmäßig. Davon rund 24 Millionen in Deutschland. Wäre Facebook ein Land, wäre es das drittgrößte der Erde. Facebooks Erfolg basiert auf dem sogenannten Social Graph. Er zeigt an, mit wem man befreundet ist, welche Musik man mag, welche Artikel man gelesen hat, wo man sich gerade befindet, wohin man gerne in Urlaub fährt oder was man gerade im Internet interessant oder spannend findet. Facebook nutzt diese Informationen, um Werbekampagnen Dritter einen persönlichen Anstrich zu verleihen. Was Facebook genau mit den Nutzerdaten macht, bleibt weitgehend intransparent. Die Nutzungsbedingungen sind für Normalnutzer kaum zu verstehen. Im März 2012 erwirkt der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein Urteil gegen Facebook, in dem festgestellt wird, dass Facebook mit seinen Geschäftsbedingungen gegen Verbraucherrechte verstößt. Mit 56.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 48 Milliarden Dollar ist Amazon der weltweit führende Online-Versandhändler. Aber Amazon ist auch eine Verkaufsplattform. Etwa zwei Millionen Händler bieten ihre Waren über die Amazon-Webseite an. Die Zukunft sieht Amazon im Geschäft mit digitalen Medien und bewegt sich damit immer weiter auf das Terrain von Apple zu. Erst recht seit Amazon mit dem Kindle ein eigenes Lesegerät für E-Books im Angebot hat. Jüngst schloss Amazon einen Vertrag mit Facebook ab, um sein Kaufempfehlungssystem mit Hilfe des Social Graph zu optimieren. Obwohl sie international agieren, begreifen sich die vier Großen als amerikanische Unternehmen. Das gilt vor allem für den in den USA oft laxen Umgang mit Verbraucher- und Datenschutz. Das strengere europäische Verbraucher- und Datenschutzrecht ist meist nur sehr schwer durchzusetzen. Mehr Informationen über Apple, Google, Facebook und Amazon finden Sie in der Broschüre Digital Kompakt Nr. 5 der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Jetzt kostenlos bestellen unter www.lfm-nrw.de Oder holen Sie sich die App Digital Trends für iPhone oder Android.